Georgien ist ein Land, das neugierig macht, weil es an der Grenze zwischen Ost und West liegt und weil es ein Land ist voller Geschichte, Kultur und Vielfalt. Für unser Buch Georgien neu buchstabiert, haben wir vor allem junge Autoren und Autorinnen gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Ja, sie wollen nach Europa, aber sie wollen nicht in den neoliberalen Westen. Sie wollen ihren Weg gehen und dabei auf der Augenhöhe mit dem Westen und Russland als souveränes Land anerkannt werden. Sie stehen für die multikulturelle Gesellschaft Georgiens und darin unterstützen wir sie als Heinrich-Böll-Stiftung mit unserem Büro in Tbilisi. Besuchen Sie uns auf der Frankfurter Buchmesse in der Halle 3.1 am Stand C16. Untertitelung des ZDF für funk, 2017